Die Kinder schauen ihn mit großen Augen an, verschwunden, scheint für sie, für den Moment zu sein. Zweifel an der Wahrheit, Bezug zur Wirklichkeit, sie tauchen voll in ihre Weihnachtsträume ein, Beharrlichkeit des Denkens aus bester Tradition. Der Mann im roten Mantel, der machte hier Station, er kam hier mit einem Schliff, auch nicht von anderen Sternen. Er wundert beim Arbeiten und macht den Illusionen. Dann nimmt der Nikolaus die Mütze ab. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Viele haben ihn ausgemacht, doch das hat ihm nichts ausgemacht. Denn den Glanz der Kinder, den hat er gesehen, und er sieht die Sterne funkeln, ganz weit über ihn. Er grüßt von dieser Herrlichkeit, benommen von dem Phänomen, hätte er so gerne einen Engel gesehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dann bei sich zu Hause, zieht er die roten Sachen aus, macht sich eine Flasche auf und schaut noch mal zum Fenster raus. Und er sieht die Sterne funkeln, ganz weit über ihn. Und er sieht die Sterne funkeln, ganz weit über ihn. Er ist so geheimnisvoll, dass ihm den Olofen, er grüßt von dieser Herrlichkeit, benommen von dem Phänomen, Dann bei sich zu Hause, zieht er so gerne einen Engel gesehen. Und er sieht die Sterne funkeln, ganz weit über ihn. Er ist so geheimnisvoll, dass ihm den Olofen, er grüßt von dieser Herrlichkeit, benommen von dem Phänomen, Er ist so geheimnisvoll, dass ihm den Olofen, er grüßt von dieser Herrlichkeit, benommen von dem Phänomen, Er ist so geheimnisvoll, dass ihm den Olofen, er grüßt von dieser Herrlichkeit, benommen von dem Phänomen, Benommen, der schießt mit den Olofen, dass ihm den Olofen kommt. Das ist so geheimnisvoll, dass ihm den Olofen kommt. Er ist so geheimnisvoll, dass ihm den Olofen kommt. Er ist so geheimnisvoll, er grüßt von dieser Herrlichkeit, benommen von der Herrlichkeit, benommen von der Herkunft zum König. Vielen Dank.